Allrad Stich Elektrische Heckklappe Garantie Fünf Jahre Forrester Wie jeder Subaru mit fünf Jahren Vollgarantie bis 160.000 Kilometer Zuverlässigkeit, die Spaß macht Subaru Komm her, raus Halt nicht Wir haben keine Handys Wir haben keine Handys Für die Schiffen Vierer Mach nicht Dann Halt nicht Ich bin jetzt so ein Witz, der auf dem unten ist, aber ich hab nicht so gut. Wicht ist es! Wer geht es? Oh! Scheiße, ich bin jetzt schon... Was ist der Mann? Ich würde schon wissen, dass ich das schon wieder tun kann. So wie wir kommen mit ihm. Man! Mann! Gut bei ihr, oder? Was ist der Mann? Was ist der Mann? Wir bleiben zusammen in die Mannschaft. Erstein! Wir sind die Mannschaft! Was denn? Jaaa! So sieht's aus! Schade! Stark, Männer! Weiter so, weiter so! Männer, weiter! Nachrücke, Saki, komm! Es kann aber doch nicht sein, dass wir hier stehen bleiben! Raus! 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 Gut so, Amma! Gut so, Amma! Abschluss! Jawohl! Ja! Da ist doch keiner! Ja! 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 Ja Sehr gut, Platz, Platz, Platz! Geh, geh! Geh rein, geh rein! Ja! Ja! Gut, gut! Gut, gut, gut! Gut, gut! Gut, gut! Pow,vio, Survazible' Ja! 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 Ja, devine! Marco, Kopfball, komm! Lang, lang! Hey! Will ich so 14 Minuten? 1,5 Uhr! Hey, da ist der, hey! 8 Minuten! Ja! Ja! Friede, die haben wir mit fünf Spielern von oben runter gespielt. Die haben alles drangesetzt, um drei Punkte zu holen. Wir sind zweimal zurückgelegen, haben am Anfang ein bisschen Probleme gehabt, sind an das Spiel zurückgekommen. Eine geile Leistung von dieser Mannschaft, die bis zum Schluss gelaufen ist und fast zum Schluss sogar noch hier das Sieg gelandet hat. Ein ganz, ganz großes Kompliment an die Mannschaft. Der Heim gegen Freiburg, wir versuchen weiter zu punkten, wir versuchen jede Woche 100 Prozent zu geben, so wie heute auch. Und man wird sehen, irgendwann werden wir auch mal ein Sieg gelandet. Das ist für uns eine gefühlte Niederlage, ganz klar. Kann nicht sein, dass man so ein Spiel nicht gewinnt. Wir haben jetzt einmal die Führung, haben alles in eigener Hand und insbesondere beim ersten Gegentor schenken wir das Spiel auch her. Und das ist wirklich richtig bitter. An die nächste Woche kann ich jetzt im Moment gar nicht denken. Wirklich, das tut jetzt heute mal richtig weh, weil die Punkte haben wir ja auch gebraucht. Es ist ja nicht so, dass wir hier sorglos mit den Punkten umgehen können. Und deswegen tut es heute das Ergebnis richtig weh. Allrad. Stich. Elektrische Heckklappe. Stich. Garantie. Fünf Jahre. Haha, Forester. Der neue Subaru Forester. Wie jeder Subaru mit fünf Jahren Vollgarantie bis 160.000 Kilometer. Zuverlässigkeit, die Spaß macht. Subaru.